Da hat man Wellen zwischen 15 und 30 Meter und alles voll Growler. Das sind so kleine Eisberge, die sieht man nicht. Da fährt man nachts und tags und schläft 15 Minuten. Und wenn da was passiert, dann ist man tot. Weil man einfach nicht gerettet werden kann, weil selbst die australische Marine da nicht mehr hinkommt. Das wissen die Jungs. Es ist ihnen egal, weil sie lieben diese Herausforderung. Die segeln da durch, schlafen nicht. Und wenn sie schlafen, wie gesagt, maximal 15 Minuten. Die machen vorher zwei Monate lang Schlaftraining, damit sie das überhaupt hinkriegen. Weil er ist gestartet am 31.12. und kommt in drei Wochen in Barcelona wieder an, wo er losgefahren ist. War dann die ganze Zeit auf dem Wasser. Sieht ziemlich gut aus momentan, hat so einen Roschebart und so eine Augen. Aber wenn er klappt, oder wenn alles klappt, wird er vielleicht sogar Dritter, was einmalig ist. Letztes Jahr hat er ein Rennen gewonnen als erster Deutscher, zu zweit, aber mit Stopover. Dieses Mal nicht. Was man braucht, wenn man sowas macht, diesmal man sich zu zweit, ist blindes Vertrauen zu dem, mit dem man da losgeht. Weil sonst kann man sich nämlich nicht hinlegen zwischen den Eisbergen und mal eine Runde knacken. Oder sonst knackt es irgendwann im Gebärk und das Schiff geht unter. Das heißt, man muss wissen, mein Kumpel, der da draußen jetzt am Ruder hängt, der passt auf, dass da nichts passiert. Und ich kann mal zehn Minuten pennen. Und dieses Vertrauen ist etwas, was ich unheimlich schätzen gelernt habe bei ihm, weil dieser Mensch ruht in sich selber. Und Misse von diesem Vertrauen könnte wir alle ganz gut gebrauchen manchmal. Ja, wenigstens in die Leute, die wir lieben. Und bei denen, bei denen wir es vermissen, könnte man es ihnen sagen. Blind Trust. Ja, wenigstens in die Leute, die wir lieben. guessnäusein in die Leute, die wir lieben. Wir lachen. Nach entstehen. Bis zum nächsten Mal. Wir sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Dankeschön!